Hallo, willkommen zur nächsten Folge Minecraft, zur Folge, willkommen auf meinem Kanal, wir sind am Server Dust MC und spielen in der Map SG4 und es geht jetzt hier richtig ab. Ja, jetzt bin ich auch offiziell im Urlaub, also ich habe jetzt gestern, also bei mir jetzt gestern, das Video kommt in ein paar Tagen, oha, dauert aufhören noch bis das Video kommt. Ich nehme das nämlich jetzt am 26.07. auf, habe heute Morgen erstmal alle Videos, oh, ziemlich viele Videos hochgeladen, die ich vorproduziert habe und ja, da ist mir aufgefallen, dass ich jetzt bei euch jetzt seit drei Tagen im Urlaub bin, also seit drei Tagen bin ich im Urlaub und ja, das ist auf jeden Fall jetzt mal relativ chillig, so, ähm, das ist schon mal alles vor, oh, als es ziemlich viel vorproduziert ist, dass man jetzt ein bisschen das vor Augen hat, obwohl ich bin, glaube ich, sogar schon länger im Urlaub, ich weiß es gar nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich bin jetzt im Urlaub und lasse es mir gut gehen, in Kroatien, ähm, ja, das ist ganz geschmeidig, hinter mir ist, wer mir beschwert, korrekter Boy, der mich verfolgt, das ist doch ein geiler Target, ne, ja, 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 okay, jetzt habe ich eine SMS bekommen, cool, ey, danke bei dir, yeah, ey, unspaß, ich habe heute, glaube ich, den ganzen Tag kaum noch Skype-Nachricht bekommen, mal so ein bisschen Bloody Beach-Konfi, so, aber sonst gar nichts und jetzt fange ich an aufzunehmen, instant zwei Skype-Nachrichten. So. So, ich muss pissen, Alter, richtig hart. Schon wieder, ich nehme jetzt heute Abend nochmal so ein paar Folgen auf, also die Videos, die wahrscheinlich so morgen, übermorgen, bla 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 kommen werden, ähm, ja, und deswegen, also sie sind jetzt erstmal alle am Stück aufgenommen, gucken, hier ist noch eine Truhe, ganz geil. Oh, sogar, sogar recht dule Items, die wir haben, Hose fehlt noch, Team, keiner, Team, ach, also Teamer sind sehr verhasst hier, in der Runde, ist ja, ist ja gut, ist ja gut, ne, aber so ein paar Leute würde ich gerne jetzt mal finden hier, wäre schon echt korrekt. Wäre schon echt korrekt, ne. Zack, 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 zack. So. Oh, ne Hose, perfekt. Perfekt, ein Dia haben wir auch, Sticks haben wir nicht, deswegen ist ein Dia-Schwert doch noch in weite Ferne gerückt, beziehungsweise wird schwer, das zu craften. Ich gehe jetzt wirklich mal auf Player-Jagd. Was sollst denn, ne? Was sollst denn, meine Freunde? Der ist noch gute 90 Blöcke weg von uns. Der kommt uns jetzt, oh ja, jetzt kommt er uns entgegen. Nett, nett, nett von ihm. Ne, kommt das gar nicht. Ne, das ist ein anderer Player jetzt. Da unten sind die. Nö, da muss ich jetzt sagen, habe ich keinen Bock drauf. Beziehungsweise, oder? Wäre ein bisschen zu riskant, oder? Oh, da irgendwo. Ach, da unten haben wir ihn. Der hatte ja viel. Der Hammer. Da drin ist aber noch wer in der Kalorisation. In der Kalorisation. Das war der, den ich vorhin getrackt habe. Ja. Ja, auch der war wirklich wieder so ein richtiger Boss-Kill, Alter. Der war übel kompliziert, so war ein harter Kampf. Aber dann, nach dem harten Kampf, habe ich ihn dann doch hart geschlagen. So, war schon knapp, war schon knapp. Nervenkitzel, der Schweiß stand mir ja auch noch verstirren. Mehr kann man dazu nicht sagen. Aber gut, ne? Da oben sind mindestens ein Team. Das ist garantiert, mit Sicherheit ist das ein Team. Mit Sicherheit. Oh Gott, warum muss ich denn jetzt auf Toilette gehen? Hm. Das wird ein bisschen leicht wie das nicht. Ach, noch nicht. Genau, warum denn, warum denn auch nicht? Äh, ja, warum hängt sich denn auch nicht das Bild auf? Sehr geil. Sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Na gut, da vorne sind sie aber jetzt irgendwo. Ich weiß noch nicht genau, wo. Okay. Hä, lol, der andere bleibt einfach stehen. Lässt seinen Teampartner... Lässt seinen Teampartner im Stich, so macht man das. Aber ich meine, gut. Mir kann's ja recht sein. Mir kann es ja recht sein. Ist wieder garantiert irgendwie zurücklaufen. Ja, das war jetzt... Ach, scheiße. Die waren da doch nicht so toll, wie ich es erhofft hab. Es wird gleich noch ein Spaß, den zu töten. Weil der wird nicht wenig Herzen verloren haben, äh, wird nicht viele Herzen verloren haben. Weil ich glaub, der konnte auch schon wieder ganz gut raggen. Und wenn er jetzt zu seinem Teamkollegen rennt, dann... ...haben wir hier nicht viel gewonnen. Aber den jagen wir auf jeden Fall schon mal gut. Den haben wir noch erwischt, sehr gut. Jetzt muss er Kuchen setzen gleich. Okay, nice. Deathmatch startet in 30 Sekunden. Okay. Zwei Dias haben wir, aber keine... ...Sticks. Schade eigentlich. Da ist so ein anderer Schlawiner-Cop. Nice. Richtiger Schisser. Hä? Gangster-Move, Alter. Okay. Alter, wie geil die gerüstet sind alle. Oh ja, da hat er mich erst mal... ...hart mit dem Bogen. Gefickt, quasi. Ja, nice. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Den holen wir uns. Gangster. Nee, also diesen Spargel... ...von dem lasse ich mich echt nicht. So, da will er lang. Cool, läuft bei dir. Also mit der Angel kann er umgehen, halbwegs. Auch wenn er sie eigentlich immer mehr spammt. So, danke bei dir. Ah, cool. TGG, ich wette, die schreiben, ich hab gehackt. Wetten wir? Oh. Noch, noch hat keiner geschrieben. Okay. Dann war es wirklich eine sehr, sehr geile Runde. Auch wenn sie eigentlich relativ entspannt war. Holen wir uns hier noch den Dia. Haben wir drei Dias gehabt zum Schluss. War eine relativ entspannte Runde. Von der Survival Games. Ich würde mich sehr über eine... Ja doch. Okay, ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Und ja, dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Bis dann und hört rein. Tschööööööö. Vielen Dank.